Du weißt schon, dass du das zu mir hinwachst. WUAH! Ich laufe in den Wald. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe irgendeinen Mist im Arm. Mich, glaube ich. Ich habe doch nicht dich im Arm. Was meinst du? Das Ark. Mir ist heiß. Mir ist heiß und mir ist kalt. Oh, Felix. Felix, hallo. Die Klickzahlen gehen hoch. Alter, hast du trainierte Bauchmuskeln. Ich guck so freundlich, ne? Wie bist du in das Menü gekommen? Ach, eh. Steht da sogar. Achso, machst du einen Stamm auf? Ne, ich muss den Stamm aufmachen. Ich bin der WUGA WUGA, Mann. WUGA WUGA. Achso, du hast jetzt einen Stamm schon gemacht? Ne. Hast du jetzt schon einen Stamm gemacht oder nicht? Nein. Ich rede nicht mit mir. Ah. Rekrutiere ich dich für meine Stamm. Nein, mach ich nicht. Nein, mach ich nicht. Geht nicht. Keine Ahnung. Was ist das? Wir sollten uns vielleicht erstmal irgendwie Waffen bauen. Level 1 ist die gute Fehles. Oh. Geboxen. Ja. Ah, sehr schön. Ich kann keinen Stamm gründen. Ich bin so wütend. Ich fäll diesen Baum. Hau mal. Das hat weh getan. Das tut weh. Ich sollte das lassen. Ähm, wo gibt's denn hier Inventar? I. Okay, dann guckt er in sein Handgelenk, was er da hat. Okay, ich hab nämlich jetzt 13 Stücke. Was irgendwann mir das bringt. Ich hab... Nein, das ist nur ein Skin. Meine Hände bluten. Also ich hab hier 13 Thatch. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ach, das sind Stücke. Äh, kann ich daraus schon was craften? Nein. Keine Ahnung. Ist nicht sehr informativ, dieses Menü. Was tut denn jetzt hingelaufen? Da. Mir ist kalt. Ich sollte Wärme finden. Lass uns mein Landesinnere laufen. Du kannst das mit ihr, mit E kannst du das einfach... Das ist Flugsaurier. Was kann ich damit? Sachen aufheben. Okay. Der Flugsaurier kommt hier rüber, glaub ich. Oder? Nee, der patrouilliert da hinten. Mit E. Ja, jetzt hast du ja schon alles weggegrast. Aua! Ich kann nix aufheben. Klar, hier diesen Busch. Nein! Mit E. Nein, ich krieg die Option nicht. Wird ja auch nicht angezeigt. Muss einfach E drücken. Und wie lange stach ich den Busch dabei an? Ach. Meiner macht nix, ich bin beschränkt. Na gut, da kommt man auch nicht dran. Ist so nah am Stein. Aber die da, guck mal, probier die mal hier. Uh! Genau, siehst du. Fiber? Okay, jetzt hab ich Fiber und ein paar Stöcke. Aber ich möchte gerne mal ein bisschen an das Innere. Mir ist nämlich viel zu kalt. Ist das... Ist das ein Tier? Oder ist das ein Felsen da hinten? Das ist ein Tier. Oder? Das ist wie eine Schildkröte. Ja, ne? Können wir Freundschaften schließen damit? Das ist eine Schildkröte. Oh, lass uns ja hingehen zu der Schildkröte. Schildkröten sind lieb, oder? Ich denke, ich hoffe es. Ich hab, glaub ich, grad Wasser getrunken. Hallo, Schildkröte. Können wir kuscheln, damit er wärmer wird? Das ist ein wilder, weiblicher Karbonemi. Level 2. Geht ja. Oh, ist stehen geblieben, weil ich mich da vorgestellt hab. Guten Tag. Nein, ich heiße nur so, ich bin kein Raptor. Dahin sind noch mehr. Ja, aber Wasser gehen ist wahrscheinlich nicht die Lösung, wenn es zu kalt ist. Die ist nämlich auch zu kalt. Nur so als Tipp. Also man muss alles mögliche ausprobieren, weil man es nicht angezeigt kriegt. Oh! Ich hab hier grad einen Stein aufgesammelt irgendwo hier. Ja, ich auch. Ich hab schon Steine aufgesammelt. Also man muss wie Irrer durch die Gegend laufen und E drücken. Achso, nee, warte. Das sind bestimmt Steine. Ihr wartet auch irgendwas durch die Gegend. Dodo! Wo? Wo? Wo ist der Dodo? Oh, Dodo! Das ist aber ein männlicher Dodo. Egal. Oh, der hat ein Ei gelegt. Ach, das nehm ich. Hm. Ich hab Dodo-Kacke. Ich weiß wirklich nicht, wie man... Oh, da Craftables. Ähm, Steinspitzhacke. Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch Holz. Ach, die Gesundheit... Ah, ich hab... Ich hab Holz bekommen. Level up is available. Ähm... So, ich kann eine Steinspitzhacke bauen. Wo ist jetzt? Inventar... Da. Hätte ich gern auf 1. Werkzeug! Baa! Ich hab eine Spitzhacke die Schildkröte... Knacke. Ist das da hinten? Was ist da los? ich traue mich ehrlich gesagt nicht ins wasser ist ein bisschen doch weiß schon ich glaube ich habe gekackt ja ich habe gekackt ich heb's auf es tut mir leid campfire stone hat jetzt gemacht die steine ja also ich weiß noch nicht wie ich sie herstelle wie hast du das denn noch mal lager wollen dass ich zeig dir hier kraft und ich weiß nicht was bei dir da steht und du musst da auch hinkommen also wieder wie genau dann herstellbar ist so ich brauche ein flint und 16 steine für ein lagerfeuer ist die frage was wir dafür haben wir haben ja kein fleisch habe ein holz und ich brauche jetzt noch stroh jede menge und feuerstein okay gut zu wissen es würde mich da dunkel ich habe flint gekriegt oder vorsichtig hacken stein ich habe angst dass die räuber und jetzt irgendwie setzt davon wir irgendwie auf auf einem dieser felsen darauf ein lagerfeuer errichten dann essen wir die bären bevor die uns die bären nicht die behörde wie es sich die hast du sie schon mal ins inventar gelegt und versucht zu benutzen und dann zwei und dann futterst du die also den knopf drücken wo du es drauf passen und vor dass du die fünf geht nicht meiner zugemacht welche bären hast du denn genommen ich nehme jetzt die narko berries welche sind die narko bären hier ist bei mir auch anders schwarz nimm einfach irgendwelche bären ich weiß gerade nicht ob das so gut ist ich krieg so ein lila rand wird auch nicht so viel essen geht hoch das schon mal gut ich brauche steine ich finde keine oder flugsaure am strand erst direkt bei dir das sind glaube ich fleischfresser ja er kommt zu mir hin ich bin um felsen umgelaufen um ihn zu verwirren da kommt der läuft jetzt hinterher hier vieles lauf lauf um dein niedliches leben ja das war ein schönes geräusch hinter dem felsen ist recht dunkel vielleicht sieht er uns da nicht bist du kannst du dadurch vielleicht passt er auch nicht durch mit seinen fetten krallen was gerade gekackt ich muss essen ganz dringend weil ich ja nur grad wie viel frisst der typ wie lange dauert es denn die waffe herzustellen und wo ist sie denn da ist dann mein klein momental ich werde ich verhungern glaube ich ich sehe auch nichts weil ich dieses ich sterbe bildschirm habe ich gehe mal aus der deckung raus und gucke ob ich den rest für das ist jetzt mein werkzeug weg mal so holz habe ich genug ein bisschen steine was so doof festzustellen welche steine man hacken kann und welche nicht okay ich habe genug wo bist du doch warte ich versuche noch mal zu dir zu kommen ich sehe auch gar nichts gerade es ist herrlich ich bin bei dir ich versuche jetzt mal noch schnell lagervoll zu machen bevor ich sterbe die das hier hinzustellen ja das klappt noch so ich habe einfach bären gegessen ja ich habe schon alle bären aufgegessen hier ist kein boden hier ich kann jetzt aufs inventar zugreifen toll ich möchte es gerne anzünden damit das wärmer wird ich muss einen brennstoff wie holz oder strobe inhalten holz habe ich was hast du was reingelegt ob ich ja ich hab was reingelegt okay jetzt wird das wenigstens wärmer ich glaube ich spring einfach ins feuer und lass uns den dodo suchen und schlachten da der guck dich nur doof an der ist ins wasser gelaufen und die spawnt ich habe ihn getötet jetzt kann ich den körper schleppen und jetzt ist das licht wieder aus also ich glaube ich ziehe den dodo jetzt zum feuer hin ja er fliegt um mich rum ich sehe ihn den pack jetzt da rein oder wie wo ist jetzt der dodo jetzt verloren ja hiervon wie kann man denn hier schön er verrottet schon ach so ich muss ihn zerhacken okay dann schmeiß jetzt das rohme das rohrfleisch inventory so bist du hast genau ob ich gerade verbrenne oder verhungere ich bin verletzt wieso das jetzt schießt du dir dicht am feuer guckt miet kriegst du auch gleich was zu essen hier ne ich muss den ganzen dodo essen um wieder um damit es mir wieder gut geht das ist ja großartig ich hätte auch gerne mal wirklich eine waffe und nicht nur so ein aber ich kann keine waffe bauen ne musst du deine punkte draufsetzen dann geht das stimmt moment ach stimmt ich kann ja wieder stein axt speer speer klingt gut so abdoppel waffnet kann ich jetzt werfen oder wie ist das heute mal auf dich werfen das hat gerade ungesund für dich aus ist alles auf dich drauf weil die haben welche richtung wollen wir denn jetzt weiter da hinten mal zu diesem komischen blauen licht ja ich glaube davon gibt es mehrere hier ist ein richtiger baum ich versuche mal den zu fällen damit ich mal richtig raus komme ich hab deinen kleinen freund von letzter nacht wieder gefunden und ich höre und er greift mich an ich habe getötet oder wie der hat gut fleisch gebracht das feuer ist noch da ne m gibt es eine karte da bin ich ich habe gerade reingelegt kann moment dauern ich gehe mal weiter jagen ich brauche nämlich auch was stehst hart im weg ja ich komme schon mal oh jetzt da ist das und da sind zwei von den fächern die mich gerade angegriffen haben ja jetzt greifen sie mich auch an ich habe es mir schwer gemacht habe gerade eben beide tot okay das gibt fleisch ja wir essen unsere feinde auch deren fleisch bringt ein bisschen mehr als das ist dodo habe ich das gefühl da kommt ein dodo fluky jetzt kommen wieder die schönen namen von feles schön was kommt da wow fluky und da aber der auf dem boden ist harmlos hast du dich als kind nicht für die noch begeistert doch erkennt die doch aber schon ein bisschen lange was ist das was ist das das ist ein riesiger geier und da greift mich schon wieder was an ich habe es getötet und der große geier kommt zu mir hin okay ich glaube der große geier holt sich meine beute jo ein deal machen du holst sich die beute weil es mich dafür am leben nein das nenne ich wieder ich komme meine waffe warte 2 ist meine waffe glaube ich ich kann nicht springen weil mein inventar so schwer ist ich bin tot bleib bloß da weg der frisst mich jetzt bestimmt respawn irgendwo ja aber in nordzone alter ist der fies ja ist level 12 oder so wie soll ich das schaffen keine ahnung ich habe ihm ja sogar mein fleisch überlassen und alles also das was ich gefunden hatte was ist jetzt los oh ich bin in deiner nähe gespawnt ich muss weglaufen ich werde gerade gestorben ich bin gestorben du bist gestorben ich bin hinter dem felsen er ist auf der anderen seite ich hoffe er frisst uns und lässt uns wenn wir da liegen einfach wieder da ja genau und dann das muss ich jetzt drücken beginn zufälliger ort du wirst in meiner nähe gespawnt das ist nämlich okay ähm du bist in der nähe gespawnt aber als hinweis weil du gerade dein handy rausholst in alavoo ich will mein inventar haben ich versuche mein inventar zu kriegen und mich in die wälder zu schlagen hä sie guckt jetzt auf die karte aber ich sehe es nicht na toll was soll das denn ich kann oh Gott man kann den rucksack nicht einfach so aufnehmen man muss erst irgendwie in den rucksack rein und dann alles nehmen du weißt schon dass du das zu weh hast ich laufe in den Wald in dem Wald ist bestimmt gut das ist bestimmt kein Dinosaurier jetzt ist mir zu heiß natürlich er folgt mir immer noch ich bin jetzt wieder tot aua renn in den Wald irgendwie irgendwo wo er nicht durchkommt wir finden uns schon du bist schon wieder so verletzt dass du nicht rennen kannst scheiße alter was will der von uns Hilfe ja ich komme aber ich glaube nicht dass wir ihn töten können wenn dann können wir drei Jahre davon essen oh nein also das mit dem Wald ist scheißegal der kommt nämlich hinterher egal wo du bist ich bin schon wieder tot hier ist ein riesiger Skorpion und er jagt mich durch den Wald jetzt stirbst du nein alles gut ich gehe an den Strand da habe ich Überblick das sind andere Saurier stehen manchmal so Nachrichten aber ich stehe nur so kurz da ne das ist ein guter auch wenn er gerade alles niederwalzt das ist ein Langhals ne die kenne ich aber was macht man denn bei sowas ich meine man ist der ist zu stark für einen und man kann ihn aber auch nicht aus dem Weg gehen die Gegend verlassen denke ich mal hier ist ein Dinosaurier Ei das nehme ich mit ach das ist ein das ist ein Schildkröte nein nein das nehme ich nicht mit das ist nicht in Ordnung wow die Schildkröte greift mich an weil ich ihr Ei geklaut habe ich habe es doch wieder hingelegt ich habe es wieder hingelegt lass mich in Ruhe ich habe ja gesehen dass es zu euch gehört und habe es dann oh die Schildkröte ist nicht sehr schnell Andreas ja 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 in die Richtung würde ich nicht rennen da sind die Inge ja aber guck mal da das sind die deren Eier ich geklaut habe aber ich habe sie wieder hingelegt war noch eben noch nett zu uns ja ja aber ich habe ein Ei aufgehoben da habe ich gesehen dass es ein Schildkröteneier und dann habe ich sie wieder hingelegt das ist ja auch mit jeder verscherzt aber mein Gott ich meine so schnell sind sie jetzt nicht das sind halt wie Zombies irgendwann kommen sie bei dir an wo gehen wir hin zu dem Leuchteling oder zu Isengar dem Leuchteling aber ums Wasser rum da sind so Fische die können beißen ach das ist eigentlich so ein Mädchen ja die habe ich vorhin schon angegriffen reicht ja gut hier ist ein kleiner Flugsaurier wenn du mir nichts tust tue ich dir nichts wie wärst du damit gut aber wir hätten den Essen können oh siehst du gut dass ich dem Kleinen nichts getan habe guck mal wer hier ist hallo du tust mir nichts ich dachte wirklich die waren aggressiv Jurassic Park hat mich verarscht seit wann sagen Hollywood-Filme nicht mehr die Wahrheit wieso wackelt der Boden T-Rex lau ja ich bin tot ja hab ich mir gedacht Level 3 er hat mich tot ja was sollen wir denn beim T-Rex machen oh du kleines Dodo sollen wir dich töten nein aber das ist das einzige Tier mit dem ich mich gerade traue obwohl das ist Level 2 Dodo ne ja das sind zwei davon oh da spiegelt er sich auf dem Wasser ja der spiegelt sich auf dem Wasser ich bin echt ein Steinzeitmensch Wasserspiegel und zweiter Sauriahu aua irgendwer greift mich an Fische das sind keine Fische doch die haben mich gebissen alter uncool ich hab Durst ich hab Hunger wann sind wir da ich will nach Hause oh nein mir ist Tierkacke verschimmelt das muss ja toll riechen oh Gott oh du willst wirklich dass ich mit dir einen Stamm gründe dass ich das ist so ja ja ich hör ich bin ich ich hier ich